Ich würde einladen, auch vielleicht zwei oder drei von euch auch jetzt persönlich Jesus zu sagen, Jesus, ich schenke dir mein Leben oder ich vertraue dir mein Leben an oder einfach auch mit den Worten, die du jetzt auf deinem Herzen hast. Jesus, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Jesus, ich danke dir, dass du mich auch eingeladen hast, dir nachzufolgen. Du hast mir eine Aufgabe gegeben in meinem Leben. Ich will sie annehmen, ich will dir alles übergeben, ich will dein Jünger werden, in meiner Familie, in meinem Beruf. So will ich auch das Kreuz annehmen, das du mir aus Liebe zugedacht hast. Danke, Jesus. Danke für diesen Familienvater. Ganz einfachen Worten. Danke, dass du immer für mich da bist, wenn ich dich brauche. Ich schenke dir mein Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mich immer unterstützt in Lagen, die irgendwie schwierig sind für mich. Wir wollen jetzt miteinander ein Gebet beten. Ich darf es vorbeten und lade euch ein, wer möchte es, still oder auch laut seinem Herzen oder auch laut eben mitzubeten. Ich werde ihm ein paar Worte vorsprechen. Und wenn ihr wollt, so könnt ihr sie jetzt nachsprechen. Herr Jesus Christus, hier bin ich vor dir. Du kennst mich, so wie ich bin. Du kennst mich, so wie ich bin. Ich möchte dir ganz vertrauen. Ich möchte loslassen, ich möchte loslassen von allem, was mich von dir trennt. Ich möchte, ich sage jetzt, ich widersage allen Bösen, ich widersage allen Bösen, allen Verlockungen des Bösen. Allem Verlockungen des Bösen, Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Alles vertraue ich dir an, mich selbst, so wie ich bin. Komm und sende deinen Heiligen Geist in mein Herz. in mein Leben, in meine Familie. Und hilf mir, und hilf mir, dass ich ein Mensch deiner Liebe werde. Dass ich ein Mensch deiner Liebe werde. Amen. Wir wollen jetzt miteinander für unsere Brüder und Schwestern hier den Heiligen Geist erbitten. Deinem Lied zum Heiligen Geist. Geist des Vaters, Heiliger Geist, falle auf uns herab. Du brauchst kein Liederheft dazu. Lass es am Boden liegen. Vergiss es nachher nicht. Beten wir miteinander. Geist des Vaters, Heiliger Geist. Liter kommt etwas über ihm, wenn es genau und hier inwärtige! Diablet hat uns in den Leave. Leben ist glücklich da, nachher nicht zu sein! Billige Geist, die Schwestern in mein Herz.